Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Freitag, dem 26. Februar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 963. Heute mit den Themen Fritz OS 7.2.5, Paramount Plus, Omen und Roomba. Ich beginne gleich mit dem neuen Fritz OS. Fritz OS 7.2.5. Ein grösseres Update ist da, aktuell jetzt für die Fritz Box 7590. Das ist quasi die Box, durch die ihr mich aktuell hört. Also die Folge geht nachher über diese Box in dieses Internet und gelangt dann auf euren Podcatchern. In diesem neuen Update sind unter anderem mehr Möglichkeiten für die Priorisierung im Homeoffice. Also man kann einzelnen Geräten Priorisierung zuweisen, sodass der Papa oder die Mama genügend Bandbreite hat für die ganzen Zoom-Calls, während die Kinder im Hintergrund vielleicht Netflix gucken und so auch Geschichten. Auch die Kontrolle für die Kinder, also Nutzung des WLANs etc. lässt sich dort besser einrichten oder besser verteilen. Man kann die Telefonate leichter managen. Beim WLAN wurde ein bisschen gefeintunt. Auf dem Fritz Phone kann man, wenn man möchte, jetzt auch das Wetter auf dem Startbildschirm angezeigt haben. Dem Fritz Deckt 440, ein Video dazu habe ich vor kurzem online gestellt, kann jetzt auch neben der Temperatur die Luftfeuchtigkeit anziehen. Das ging bisher nur in der Laborversion und so weiter und so fort. Es gibt noch ein paar weitere Punkte, wen es interessiert. Im pokipsi.ch-Blog gibt es in den nächsten Tagen einen Artikel dazu, wo ich das Ganze ein bisschen genauer beschreibe. Weiter geht es mit Paramount Plus. Als gäbe es nicht schon genügend Streaming-Dienste, kommt jetzt neuer ums Eck. Ab 4. März dieses Jahres geht es los, aber nur in den USA, Kanada und Lateinamerika. Weitere Länder sollen, keine Ahnung wann, irgendwann dann auch mal folgen. Interessant ist, wie das Ganze funktioniert. 30.000 TV-Serien, also Episoden und über 2.500 Filme, also so standardmässig, was andere auch irgendwie ein bisschen haben. So vom Umfang her, zum Inhalt komme ich gleich noch, aber interessant ist, das Basis-Abo gibt es für 4,99 US-Dollar. Dann bekommt man aber Werbung angezeigt zwischendurch. Man kann auch ein bisschen mehr in die Tasche greifen und kann dann für 9,99 auch noch Live-TV, Sport und so weiter nutzen. Und das Ganze soll dann auch nicht mehr werbe-, also soll dann werbefrei sein. Vom Content her ist ein bisschen was dabei. Halo, Love Story, Fatal Attraction, Star Trek-Fans dürfen aufhören. Discovery, Picard, Lower Deck etc. ist mit dabei. Muss man sich anschauen. Aber ja, es wird immer unschöner in diesem Streaming-Geschichten. Es war doch so schön, als es früher nur dieses eine, dieses Netflix gab, wo eigentlich alles drin war. In Anführungs-Schlusszeichen. Eben leider auch nicht. Aber zumindest war es einfach ein Namen und einmal Geld einschmeissen. Mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Dann gibt es Nomenist Omen, Omen, das ist die Gaming-Marke aus dem Hause HP. Die soll anscheinend nicht so laufen, wie HP es sich das vorstellt. Wenn man es vergleicht mit Razer, was gibt es da noch, Logitech, Corsair etc. Dann spielen die Zubehörprodukte aus dem Hause Omen fast keine Rolle. Das, wie gesagt, hat HP selber bemerkt und hat sich jetzt HyperX dazu gekauft. Die gehörte bis an in dem Zubehörhersteller Kingston. Die hatten da auch diverse Produkte am Laufen. Werden das auch nach wie vor tun. Speichersysteme wie DRAM, SSDs und USB-Sticks werden die darüber vertreiben. Aber den ganzen Rest, eben Kopfhörer, Tastaturen, Mäuse, Mikrofone etc. werden jetzt über den HP-Kanal vertrieben. HP hat dafür 425 Millionen US-Dollar bezahlt. Und er hofft sich, da einiges an Geld einzunehmen. Denn die Gamer sind noch die, die halt wirklich immer wieder mal neue Hardware sich zulegen. Nicht wie die bösen anderen Menschen, die zufrieden sind mit der Hardware. Dann gibt es noch einen kleinen Hinweis für all diejenigen, die ein iRobot Roomba ihr eigen nennen. Anscheinend soll es beim Roomba i7 und S9 durch ein Firmware-Update dazu geführt haben, dass gewisse dieser kleinen Putzroboters nur noch wie, wie sagt man dem, wie steht das hier? Wie als hätten sie getrunken, durch die Wohnung rangeln, Möbel anpöbeln etc. Ziemlich unschön, wenn dem das so ist. Bei meinem haben wir das Update drauf. Der macht das auf jeden Fall nicht. Da bin ich mal gespannt. Und ich nehme an, dass hier auch iRobot relativ schnell reagieren wird und ein weiteres Update hinten nachliefern wird. Sofern eben das Problem besteht. iRobot sagt, laut The Verge, dass sie mit den betroffenen Kunden in Kontakt stehen und sich das Ganze genau anschauen. Wer also so einen hat, einen der zwei grösseren Modelle und das Firmware-Update noch nicht installiert hat und nicht unbedingt Lotto spielen möchte, der könnte das Update mal auslassen und kurz abwarten, wie sich das entwickelt. Oder mal rumfragen, wie es das bei euren Kollegen ist, ob das auch so ist oder nicht. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Jetzt geht es dann bald schon auf ins Wochenende. Gut, den Freitag, da müsst ihr noch durch, aber dann ist schon das Wochenende da. Geniesst ihn, wenn ihr nicht arbeiten müsst, dann das Wochenende. Wenn ihr arbeiten müsst, genauso. Ansonsten euch ein schönes Wochenende. Und eventuell nächste Woche wieder mit dem Achim. Das schauen wir noch. Werdet ihr sicherlich mitbekommen. In diesem Sinn, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.